jo leute kleines info video für euch bzw eine ankündigung am donnerstag also jetzt diesen kommenden donnerstag das ist der 26 10 wird es ein kleines quiz geben wenn ich genug leute dafür kriege ich bräuchte mindestens drei leute die dazu sagen und zwar wird es darum gehen dass ich ein kleines quiz mit leuten veranstalten möchte über gaming komplett über gaming und möchte mal gucken wie viel ahnung ihr denn davon habt da ich weiß dass viele jetzt sagen zu den uhrzeiten wo ich aufnehme kann kaum ein mensch habe ich gesagt 19 bis 22 uhr 30 also abends wenn sich da jemand zeit nehmen möchte beziehungsweise 19 bis 22 uhr er werden wir das durchziehen so einfach mich anschreiben wenn ihr bock habt ihr braucht dazu eigentlich nur und jetzt kommt entweder ts wenn es jemanden gibt der ts hat dann einmal melden wenn nicht skype skype funktioniert auf jeden fall ihr braucht ein vernünftiges mikro und ihr solltet über 16 jahre alt sein sonst ist eigentlich so nichts großartig erwähnenswert es muss sich es müssen sich drei leute finden sonst muss ich das verschieben muss mal gucken wann ich das mache ich würde sagt jetzt gerne am donnerstag machen und dementsprechend schreibt mir einfach in die kommentare oder in auf steam irgendwo könnt ihr mich anschreiben und mir bescheid geben dass ihr bock darauf habt oder halt kein bock darauf habt das braucht mir wahrscheinlich eher nicht schaden okay gut das war das war schon leute meldet euch und dann sehen wir uns vielleicht schon am donnerstag haut rein bis dahin ciao ciao